Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bounce. Ich habe heute die beiden Premium-Missionen gemacht in Skull & Bounce. Einmal hier für Todesand, das Äffchen mit der Waffe und mit dem Totenschädel und mit der Gefolgschaft der Ashen Corsair. Viel Spaß mit dem Video, wenn ihr wissen wolltet, wie ihr die beiden Dinger bekommt, dann jetzt erkläre ich euch das. Und ganz wichtig, das ist natürlich nur für die Premium-Nutzer. Alle, die kein Premium haben, können diese beiden Dinge nicht bekommen. Hat man die Mission denn automatisch? Das Vermächtnis von Bloody Bounce. Wer ist Bloody Bounce? Das Schiff eines Opfers ist in der Nähe der Hovo-Hovo-Siedlung gestrandet. Ach, das ist eine Premium-Aufgabe. Bloody Bounce hast du schon. Es gibt noch die Ashen of Corsair. Bloody Bounce und die Ashen sind Premium. Ah, das sind Premium-Inhalte. Für alle, die Premium haben, könnten das machen. Also ich verfolge das jetzt einmal. Mehr. Die berüchtigte Periode in Bloody Bounce hatte womöglich einen Schatz aus Saphiren. Ich sollte eines ihrer Ziele untersuchen. Ein Schiffswrack bei der Siedlung Hovo-Hovo. Muss ich zu Hovo-Hovo? Ja. Okay. Wo ist Hovo-Hovo? Ah, da. Hovo-Hovo. Da muss ich hin, ja. Ab nach Hovo-Hovo. Da musst du das Schiffswrack erkunden. Okay. Schiffswrack durchsuchen. Bloody Bounce ansehen. Ach du Scheiße. Das Schiff Leaparadies wurde zuletzt in der Nähe des Außenpostens bei Fort Lewis gesichtet. Okay. Also denke ich mal, wo ich nach Fort Lewis. So, und hier ist jetzt ein Schiff, das ich entern muss. Das Blaue da? Das? Leaparadies. Ja, Leaparadies. Äh, töten oder entern? Entern? Ja, toll. Schon tot. Erkundet Fort Lewis und findet das Grab von Bloody Bounce. Okay. Man kann es auch töten, glaube ich. Erkundet Fort Lewis und findet das Grab von Bloody Bounce. Spawnt wieder. Ey, da steht aber, erkundet jetzt Fort Lewis. Ich glaube, man kann es auch killen. Also, und jetzt? Äh, erkundet Fort Lewis und findet das Grab von Bloody Bounce. Okay. Das Grab von Bloody Bounce. Bloody Bounce weiß ich nicht. Habe ich irgendwie einen Mann im Kopf, aber scheint eine Frau gewesen zu sein, ne? Guck mal, hier ist es doch. Schatztruhe ausgraben. Schatztruhe, Lull. Das Grab. Das ist kein Grab, das ist ein Schatz. Da, okay. Lol, 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 lol. Lol, 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 lol. Was ist da los? Was, äh, sieh dir die gefundenen Hinweise in deinem Tagebuch an, um mehr Informationen zu sammeln. Okay. Habe eine Truhe bekommen und 20 Saphire. Truhe aufmachen. Öffnen. Todeshand. Das ist so ein Äffchen. Ein Äffchen bekommen. Sie nagt gern an Knochen. Freigeschaltet durch den Abschluss von die Aschen Corsair. Ah, natürlich. So kriegt ihr die Todeshand. So, Aschen Corsair. Hier die Zeitung, ja. War das. Und die kann ich jetzt hier auch anwählen. Tagebuch. Die Aschen Corsair. Das Schiff wurde zuletzt auf dem Weg nach Guorande gesichtet. Also Guorande angreifen, ja. Plündern wir die mal. Komplett plündern, wo ich das Ding. Und wenn Guorande geplündert hast, musst du in die Nachforschung gehen und dann zur Inseln nach St. Michel hochfahren und dort eine Flaschenpost suchen. Okay. Oh, das war's schon. Ich fahre doch jetzt nicht hier auf offene See. Das ist ja Nadel im Heuhofen suchen. Ne, ne, ne. Guck mal, wie weit ich weg bin von der Insel. Ja. Guck mal hier. Lol, hier ist sie einfach. Haha. Wie witzig. Okay. Die Besatzung wird in der Nähe des Außenposts die drei Brüder eine Moll 3 versuchen. Die drei Brüder war doch hier, ne? Ja, okay. Da ist sie doch. The Aschen Corsair. Gefunden. The Aschen Corsair. Welches Level? Level 4. Ja. 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 Die machen wir fertig. Den nehmen wir so auseinander, Leute. Die Aschen Corsair. Tod oder lebendig. Ein ganz fieser Two-Hit wird das. Ein ganz fieser Two-Hit. Schön. Plündern. 7000 gab die. 7000 für ein Two-Hit. Sieh dir die gefundenen Hinweise in deinem Tagebuch an, um mehr Informationen zu sammeln. Melo, du hättest sie wahren sollen. Ach, guck mal, da hab ich sie. War's da schon? Truhe aufmachen. Öffnen. Gefolgschaft der Aschen Corsair und nochmal 200.000 Silber. Geil. So, wollen wir das mal auswählen, oder? Die neue, ähm... Verschönerung da. Wo mach ich das denn? Hier irgendwo, ne? Hier. Da. Gefolgschaft der Aschen Corsair.